Nächster Schlagmann! Ach, das ist dieser Fiesling. Ja, ich würde was drum geben, wenn Turner ihn outwirft. Strike! Das war Strike 1! Hey, er ist wirklich gut, das hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn, weiter so, Turner! Schlag und verfehlt! Strike 2! Jetzt kommt der Wurf. Strike 3! Und raus, Junge! Gut gesehen! Wow, 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 das waren 3 Strikes, Schiri! 1, 2, 3! Heißt raus! Time! Schon in Ordnung, das ist mein Vater und er ist neu hier. Oh, alles klar, in unseren Regeln kommen Outs nicht vor. Keine Outs? Was für eine bescheuerte Regel? Naja, Sie dürfen schlagen, bis Sie treffen. Ist das ja ernst? Voller Ernst. Ich würde Sie gern was fragen. Wie ermitteln Sie denn einen Gewinner? In dieser Liga gibt's keine Punkte. Jedes Spiel endet unentschieden. Es ist langweilig, der Opa hat recht. Du bist raus. Nein, bin ich nicht. Oh doch, Turner hat dafür gesorgt. Nein, gar nicht. Oh doch, du bist raus. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Bin ich nicht? Du bist raus und du bist raus. Sie sind raus. Langweilig ist das Spiel jetzt nicht mehr, oder? Wein, bis zumal. Das Spiel er Protokon. oku beton. Servus. Vielen Dank.